Wir gehen nachher alle noch mal ins Schlamm. Alles klar. Gruppen. Das war auch so ausgemacht. Weil wir waren nicht sicher, ob das trägt. Ob es reicht. Reicht eigentlich, was? Ich habe mir wenig Gedanken gemacht, was passieren wird. Ich wollte nur mal was anderes machen, als das, was ich im Fernsehen gesehen habe, als wir in Schweden waren. Und wo ich sehr erschreckt war, was für Musikvideos im Fernsehen laufen. Das fand ich nicht dazu gedacht, die Musiktitel zu unterstützen. Das war alles so komisch produziert, wie wenn man ein Hochzeitsgedeck aufsetzt. Und es war für mich so wie eine Dienstleistung für ein Lied, die für mich künstlerisch nicht, oder auch für das Publikum nicht ansprechbar war. Und ich wollte mich nicht einreihen in diese Riesengruppe von Bands, die ein Video machen, weil es einfach dazugehört. Ich sitze wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.